Ich will nicht mehr spielen, aber ich will mich jetzt nicht auf den Tod stürzen, um jemand anders zu spielen, weil so mies bin ich dann auch wieder nicht. Ich mach ja ein Flöckchen hin. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Hallo kleine Diva. Kleine gestörte Kind. Kleine gestörte Kind ist auf ihrem Panzerraum. Zurück! Diva online! So, jetzt hab ich das gemacht, was ich für anderen Maids immer hasse. Wenigstens hab ich keinen von... Ja, aber wenigstens hab ich keinen von unseren Teammates damit behindert. Tracer's coming to town. Ich brauche Heilung. Alles wieder so. Verteil dich den Punkt. Ja, wir müssen eh ne neue Maid, dann kann ich sterben. Ich hab diese Kampus auf Maid. Früher hab ich Maid richtig gern gespielt, aber jetzt mittlerweile ist das echt... Äh, nö. Ihre Sicherheit ist mein Gesetz. Ja, Tank, Tank hat er. Wir spielen den Schweine, der Mann. Sehr gut. Mann, der Schweine. Was ist denn hier los? Warum sind da Leute auf dem Punkt? Meldet Sie auf mit. Arbeite zusammen! Dreng, sie zurück! Drei, sie zurück! Ganz knallhart, nicht zu hoch. Haken, sie sind tot. Haken, sie sind tot. Haken, sie sind tot. Ich versuche sie mit der Weeper aufzuhalten. Haken, sie sind tot. Haken, sie sind tot. Ich erbitte. Haken, sie sind tot. Ich erbitte. Ich bin Chessy McCree, bei den zweiten Nagelwitter. Popopirat! Unsere Gegner nehmen den Punkt ein. Widow, wo bist du? Widow! Oh Gott. Er kisst euch von uns vom Punkt. Die sind da drauf, ne? Wollte ich mal so sagen. Alle! Ja, ich bin da auch. Leider tot. Ausgerechnet jetzt muss ich den Reaper spielen. Fick mich und nenn mich Lucy, ey! Gestern war es doch mit dem Fick. Ja, gestern war ich auch noch eine andere Person. Jetzt bin ich tot. Stimmt. Nancy, Lucy, ist mir doch egal. Stacey, Candy, Hauptsache, gib mir Mädchen Namen. Hauptsache, irgendwas nach Mädchen Namen klicken. Wasser. Was ist das? Ne, das hat ja kein I an der Nö. Das hat ja kein I an der Nö. Das hat ja kein I an der Nö. Das hat ja kein I an der Nö sein. Das klingt jetzt nicht weg. Ja, und alles mit X-Blau und am Ende ist ja verkauft. Ne, jetzt kriegst die Baby! Und ich hab was getötet. Sehr gut. Verdammt. Ich glaub da kommt gleich ein Torbjörn auf einer dieser beweglichen Plattformen da oben. Mei, melde dich um dich! Mei, Mei, dich um dich! Läuten wir die Wintersaison ein! Ich hab dich auf dem Radar! Huah! Ich will dann auch eins gleich in sich werden. Bin ein bisschen verwirrt. Wo sind die Gegners? Da sind die! Bei mir hinten ist ein Chanka. Der weg. Gut. Und da oben ist ne Hara. Ja, ich hab den schon mitbekommen. Ja. Aber ich kann gegen Phara schlecht kämpfen. Weil ich auch Phara spiele gerade. Kann ich auch. Nee. Also Phara treff ich nicht. Ich brauche Heilung. Wir sind im Einsatz bereit. Ich bin im Einsatz. Ich bin im Einsatz. Aber ich auch gleich. Ja, ich auch. Er ist full. Mach den. Ab. Ich bin ich. Ich bin jetzt schon wieder Maccree. Ich bin schon wieder gestorben. Nein! Wir haben den Punkt. Oh mein Gott, Leute. Beeil euch. Puh! Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Ich kann gerade sagen. Aber ich bin's dem Matcher. Und ich bin das erst. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin noch Geschütz dahin. Ich bin noch nicht geschützt. Und ich bin noch nicht. Und ich bin noch nicht. Das war natürlich eine Scheiß-Aktion. Und gut. Spiel ich jetzt. Mit Cree. Egal. Ich habe verloren. Highlight des Spiels. Mit was hat die jetzt bitte Highlight gekommen? Weil sie hundertmal Terra geschossen hat? Anscheinend. Wow. Das sein muss.